Wir wollen unsere Stadt weiterentwickeln zu einer Wohn- und Arbeitsstadt. Für das kommt jetzt eine Planung nach der anderen zur Abstimmung. Merci für das Ja zu der WIFAC-Planung. Die WIFAC-Planung wurde zusammen mit dem Quartier entwickelt, mit der Investorin. Es gibt ein gemischtes Quartier, es gibt ein lebendes Quartier und schon gleich geht es los.